Heute war einfach der größte Fame meines Lebens. Ich dachte, ich gehe wie jeder andere auch mal meine Augenbrauen und Wimpern liften. Ich wollte das unbedingt jetzt haben und habe dann sogar einen extra frühen Termin genommen. Und dann war ich im Studio und hatte richtig Hoffnung, habe so mein Vorherergebnis gefilmt und dann kam mein Nachherergebnis. Freund, ich sah noch nie in meinem Leben so schlimm aus. Ich habe direkt meine beste Freundin ein paar FaceTime angerufen, die war auch geschockt. Und jetzt fahre ich nach Hause und werde Keanu das zeigen. Ich zeige euch Keanos Reaktion an meiner Story, es ist so schlimm.